Typisches englisches Wetter. Ja, oh, da sind Zombies. Da ist ein Zombie. Was steht hier? Was steht hier? Doomed. Jetzt ist die Frage, kommen wir da vorbei an dem? Oder sind da noch mehr in den Containern? Das sind die davon. Da ist schon mal nichts. Ach, guck mal, der will uns Hallo sagen. Na? Komm, komm, komm. Oh, guck mal, da oben kommt noch einer. Oh, da kommen noch ganz viele. Alter. Das ist unsympathisch. Da ist noch was zum Hochklettern? Ja. Nein. Nicht wirklich. Aber ich glaube, auf Dauer bringt uns das nicht, wegzulaufen. Weil irgendwann muss man... Alter. Ja, der Kuh muss wieder. Ähm. Das wäre jetzt nicht sehr schlau. Du räucherst uns aus. Ah, der ist aber schnell. Krap. Die Geräusche der Zombies hätten sie teilweise besser gemacht. Alter, der ist cool. Findet, oder? Ja, der ist noch eine Menge aus, du. Okay. Okay. So, den haben wir zusammen. Raus in den Regen wieder sauber machen. Also, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ne? Ja, warte. Der Fackhild hängt. Okay, den haben wir so zermatscht. Jetzt aber jetzt. Oh, eine Leuchtrakete. Den haben wir so zermatscht. Oh, guck mal, schon wieder sauber. Ja, geil. Und ganz ohne Regen. Also, ich finde, nochmal, die Geräusche der Zombies hätten sie ein bisschen besser machen können, stellenweise. Ja, das stimmt. So, jetzt will ich mal gucken. Jetzt müssen wir wieder daher. Wir haben auch noch Minen. Mhm. Ach, guck mal, so ein hässlicher. Uiuiuiui. Das war jetzt nicht gut für unsere. Außerdem haben wir einen Tinnitus. Alter. Was ist denn da noch plündern? Ich habe keine Ahnung. Oh, wir haben keine Energie mehr. Schade ist es, wir haben keine Energie. Wir haben uns eben selber in die Luft gesprengt. Wir deppen. Ich bin nicht so drin. Okay, wir haben aber Muni. Oh, da sind viel zu viele. Guck dir das mal an, wie viele das sind. Ich glaube, wir sollten schnell gucken, wo wir hin können. Vielleicht da die Tür. Okay, jetzt aber raus. Rein und Tür zu. Ja. So, jetzt werden wir die verbarrikadieren. Ja, bitte. Was? Was? Scheiße. Wieso wieder abmachen? Dran lassen. Zu. So, wir haben jetzt mal eine Barrikade dran. Da kommt keiner rein. Alter. Erstmal wahrscheinlich. Wir müssen hier raus. Oh, toll. Da kommt auch gerade jemand rein. So, da zieht ihr die Schuhe aus, was? Na, das finde ich immer lustig gemacht. Über die Leiche gestolpert. Und sonst glütschen die ja immer nur so da durch. Wow, das haben wir jetzt mal geschafft. Schön. Alter, ich kriege einen Anfall hier. Guck mal. Ja. Wir haben eine neue Waffe. Genau, guck mal weiter da um den Tisch. Da lag doch da vorne anderes, oder nicht? Ja, hier eine Zeitung. Wo denn? Wo denn? Ja, stopp da. Nee, doch nicht. Nee, das sind nur Stifte. Na, mit denen kann man auch nette Sachen machen, du. Oh. Okay. Das ist da, wo du dich befindest. Ich weiß nicht, was das hier ist. Guck mal, da oben der Monitor. Gescannt haben wir hier schon. Das ist irgendwie so eine Zentrale, ne? Gerade aktualisiert. Der hat nichts. So, wir müssen jetzt irgendwie gucken. Vielleicht haben die zwei ja was. Wir konnten nämlich Energie gebrauchen. Oh, scheiße. Guck mal da hinten. Siehst du das? Was ist das? Und da. Ja, nenn sie mich. Wir werden sterben. So. Wie leer. Oh, kacke. Wir müssen da rüber. Also, wir müssen irgendwie an den Kollegen da vorbei. Und bei dem Typ bin ich mir hier noch nicht so sicher. Ich muss es doch. Oh. Kubus. Geil, da fliegt die Birne weg. Nein, nein. Das war bestimmt nur die Mütze. Das sah nur so aus. Okay. Wir haben aber nicht so viel Zeit. Guck mal, ob du den ausplundern kannst. Das Problem ist ja, wir brauchen Energie, ne? Ja, dringend. Der hat nichts. Bewegt euch nicht, sonst seid ihr eine Mütze kürzer. Okay. Wow, das ist ja wohl mal eine geile Wumme. Voll nicht brutal. Ja, das ist ein Zombiespiel. Das ist von der... Ja, das ist nicht mehr an. Wir sind hierher geströmt, weil sie dachten, die Royals würden sie schützen. Aber das Establishment kümmert sich nur um sich selbst. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Vergiss das nicht. Amen. Wir müssen Schwätzer. Ähm, von der da, rechts, rechts, kommt jemand. Lüte. Oh, guck mal, der ist, ähm, der hat... Hüpe! ...weil sich geschützt. Oh, fuck, all der. Ja, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt. Jetzt nicht mehr. Jetzt bist du nicht mehr geschützt, du kleiner Drecksack. Ups, nein, nein, nein. Jetzt könntest du vielleicht doch mal auf ihn bangern? Nein, der kriegt jetzt ein paar für die Glocke. Boah, der hält aber auch eine Menge aus. Ja, ich glaub, der hat auch noch eine Weste an, oder hat er sie zumindest? Jetzt aber. Na, toll. Also, was ich eingeseigen wollte, ähm, hier von dieser Garde, sind diese einen Eierkoppel, ne? Die müssen doch was bei sich tragen. Jetzt kann es noch einer. Da hat er schon wieder einer. Hihi. aber nur für die pistole so wir sollten aber mal aufhören zu ballern dass er wirkt das bringt nur aufmerksamkeit nicht noch irgendwo medizin oder sowas wenn man seine gesundheitsanzeige wieder aufhören kann doch aber das ist nicht überall in dem moment sage ich dir ganz ehrlich scheiße ich mir schon in die hose herumzulaufen weil ich wollte mich schon wieder von vorne anfangen hat das ist schön ich finde ich mich verarscht nein das ist wirklich schön aber hier ist nichts wir müssen weiter hier durch und jetzt müssen wir da hinten rüber genau rechts hat nicht viel gebracht nicht wirklich aber immerhin besser als nichts das sieht ja wo man richtig gehalten hätten ist ein zombie siehst du denn da steht doch was das ist einer von der gabe noch und da ist irgendwas lassen kommen kommen platt aber erst mal gucken wir uns hier noch nichts mehr ich mach dringend weil das maschinengewehr voll die glocke sein matsch ok zack und kann sein schämlich aber das hast du gut gemacht das sieht doch schon besser aus wo hinter uns wo ok tot jetzt gucken wir hier mal schnell das ist fest installiert ja ja da können wir hier rum ballern was das zeug hält ich bin jetzt aber nicht wirklich doch eventuell schon oh nein 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 einer von der schnellen sorte mit dingens mit helm blot helmchen genau macht sich vom acker der hilde war fahrt aus schön auf den kopf zielen schön auf den kopf zielen alter verpiss dich stopp stopp du scheiß stopp voll dabei alter doch die brauchten wir hier muss irgendwas sein ja rechts die tür warte 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 wie geil ist das denn wie alles mit wir können abspeichern hier ist nämlich ein schlafplatz wow aktivieren nein da können wir nichts machen hier können wir auch nichts machen da können wir auch nichts machen nein wir können nichts machen schade ich hätte gerne noch ein bisschen aufgewertet naja ne oh geil dafür haben wir ja gut muni bekommen wofür haben wir denn die muni bekommen was ist denn das für eine muni geschütz munition wow da können wir uns ans geschütz stellen alter was mag da wohl auf uns zukommen ich habe angst cool gemacht auf jeden fall richtig geil speichern so wir gehen eine runde schlafen würde ich sagen an dieser stelle machen wir jetzt ein kleines päuschen wow kritisch super hat auf jeden fall wieder einen riesen spaß gemacht und es ist schön wenn man ein ganzes stück wieder weiter gekommen ist ja so gut gemacht lena danke 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 mit deiner unterstützung gittert ich vermute mal das nächste mal wenn wir hier in den backen hin perlessen müssen ja erstmal müssen wir irgendwas dietrich ähnliches finden ja irgendwie ne dann aktivieren geht ja nicht dann wird es wahrscheinlich nicht ganz so lustig für uns werden aber da werden wir uns überraschen lassen genau wir bedanken uns ganz herzlich fürs zuschauen ja und würden uns freuen wenn ihr beim nächsten mal auch wieder einschaltet bis dann tschüss bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann